Halt still, du Ding. Um einen guten Film zu machen, braucht man eigentlich drei Dinge. Man braucht eine verdammt gute Story, man braucht eine geniale Crew und auch verlässliches Equipment. Heute ist das Office leer, ich weiß gar nicht, wo alle sind. Wahrscheinlich sind sie draußen Drehen. Bei Atara Filmen suchen wir nach Momenten, nach Menschen, nach Geschichten, die uns überraschen und die uns vor allem auch berühren. Wir drehen Dokumentarfilme, wir drehen Spielfilme, 360-Grad-Videos. Wir sind an allen vier Ecken der Welt unterwegs und um die guten Geschichten einzufangen, da draußen, da braucht es die richtige Crew und auch das richtige Equipment. Denn wir sind meist mit einer ganzen Menge Technik unterwegs. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Das Equipment muss robust sein und auf jeden Fall verlässlich, da man ja mit den Aufnahmen wieder auch nach Hause zurückkommen möchte. Dank 4K kommen wir von den Drehs inzwischen mit 20 TB Daten zurück. Und die müssen gespiegelt werden und die müssen bearbeitet werden. Wenn wir vom Dreh zurückkommen, schieben wir alles Rohmaterial erstmal auf unser Lazy 12-BIG. Dank der Kompatibilität zu USB und Thunderbolt 2 und 3 können wir wesentlich zügiger mit den Daten arbeiten. Das geht alles ziemlich schnell und wahnsinnig unkompliziert. Und wenn wir doch mal Daten verlieren sollten, dann können wir unsere Platten zum Recovery Service von Lassie schicken und die stellen die Daten wieder her. So dass wir uns komplett auf das konzentrieren können, was uns am meisten interessiert. Gute Stories. Guteos. 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 Gesang. Guteos. Guteos.